Im Lauf der Chemotherapie wechseln sich gute und schlechte Phasen ab. Manchmal dauern letztere länger. Plötzlich beginnen einzelne Haarsträhnen, auszufallen, einige Frauen verlieren die ganze Haarpracht. Das Schicksal soll es an diesem Tag gut mit Prinzessin Kate meinen. Und doch ist sie nervös, als sie in den Bentley steigt, um an der legendären Trooping the Color Parade zu ehren von König Charles III. 75, teilzunehmen. Sie weiß, sämtliche Augen sind auf sie gerichtet. Sie möchte unbedingt Stärke zeigen. Schon allein ihren Kindern zuliebe. George, Charlotte und Louis sollen an diesem Tag nicht allein sein und sich nicht um ihre Mama sorgen müssen. Zeitweile gelingt dies der Gute-Laune-Prinzessin ganz gut. Laut einem Experten für Körpersprache setzt die krebskranke Kate aber immer wieder ihr Spielgesicht auf, um zu bestehen. In der Tat wirkt sie in kurzen Momenten stoisch. Bereits auf dem gemeinsamen Weg zur Zeremonie mit ihrem Ehemann Prinz William zeigt sie ein maskenhaftes Lächeln. Als sie später im Palast aus dem Fenster schaut, muss ihr ein Stuhl gebracht werden. Denn so sehr die pflichtbewusste Prinzessin um Haltung bemüht ist, sie muss sich eingestehen, dass sie durch die angeschlagen ist. Die Genesung braucht wohl viel Zeit. Im Juli findet in London das berühmte Tennisturnier Wimbledon statt, bei dem Kate in den vergangenen Jahren anwesend war. In diesem Rahmen gibt es tatsächlich erste Anzeichen für den nächsten Auftritt der Prinzessin. Debbie Jeans, Vorsitzende des All-England-Lon-Tennis-and-Crokey-Club, zeigt sich am Donnerstag gegenüber Telegraph-Sport optimistisch. Wir hoffen, dass die Prinzessin von Wales als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Vorrang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017